Wir sollen das Zoom-Cam-Ufo Warum? Hey Buddies, los, wir gucken uns den Außenfilm. Ja! Wart das schon vor? Ich check noch meine Zoom-Cam. Zoom-Cam hoch! Nein, das ist drunter. Nach oben! Oh! Hey, ich hab dich nicht auf Frechsein programmiert. Oh! Oh! Scoot-Bobs, bitte bring die Zoom-Cam zum Reparieren her. Zoom-Cam, Schlaf-Modus. Was hast du, Zoom-Cam? Irgendetwas stimmt nicht mit dir. Warte hier, ich bin gleich zurück. Wow! Ey, das ist super! Toll! Hey Buddies, irgendwas stimmt nicht mit der Zoom-Cam. Sie macht nicht mehr das was. Scootio, guckst du mit uns den Film? Ich kann jetzt nicht. Ich muss unbedingt den Fehler... Erster Kontakt zum Außerirdischen Raumschiff. Das klingt nach einer Aufgabe für Steel Awesome! Kann ich hinsehen? Ich rede jetzt mit den Außerirdischen in der wundervollen Sprache von Awesome. Hey, denkst du die Geschichte ist wahr? Ja! Außer die Sachen, die sie erfunden haben. Hey, was war das? Was? Was war das? Sie sind hier! Sie sind wirklich hier! Außerirdische! Eine fliegende Untertasse! Dieses Mal war es echt! Ein echtes Ufo! Was soll ich jetzt tun? Oh, ich weiß! Oh nein! Die Außerirdischen Bikes verlassen gerade ihr Raumschiff. Und endlich werden wir wissen... Sie sind wirklich hier! Aliens sind hier! Sie sehen aus wie Maxwell! Sowas hätte ich echt nicht gedacht! Nein! Das ist Maxwell! Das ist Maxwells Notfallkanal! Achtung Leute! Da fliegt ein Außerirdisches Raumschiff über Schnellfurt! In diesem Moment! Außerirdische! Das Raumschiff ist rund wie eine Radkappe! Und glänzend wie eine Radkappe! Und durchlöchert wie eine Radkappe! Wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, es war sehr Radkappen ähnlich! Wow! Das ist ja wie in dem Film! Wir müssen das Ufo sehen! Soomen wir los! Wow! Wow! Niemand wird mir das glauben! Wow! Ich mach einfach ein Foto! Oh! 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 Ufo-Kontakte! Alles gut, Maxwell. Beruhige dich und sprich ganz langsam. So hier. Rede ganz langsam. So glauben Sie mir doch bitte. Da! Endlich passiert es. Für diesen Moment übe ich schon mein ganzes Leben. Warte mal kurz. Ich habe nie für ein Ufo geübt. Sorry! Kommt zurück! Wir sind eure Freunde! Rote Ampeln heißen Stop in dieser Stadt. Das gilt auch für Außerirdische. Jetzt gibt das. Lassen Sie mich erst ein Foto schießen. Das ist ein Foto schießen. Das ist ein Foto schießen. Das ist ein Foto schießen. Die Außerirdischen sind ja nicht größer als Mini-Schrauben. So viel los, Bike Buddies! Wartet! Seid ihr sauer wegen der Mini-Schrauben? Er hat es nicht so gemeint. Wir lieben Mini-Schrauben! Ich denke, er will uns etwas sagen. Genau wie die Außerirdischen empfehlen. Ich spreche Außerirdisch! Achtung, Ufo-Besatzung! Ich befehle Ihnen zu landen, denn Sie bekommen von mir ein Strafzettel für frechische Fliegel! Na, jetzt mache ich ein Bild! Unerlaubtes Fett und noch ein Strafzettel! Gibt's keine Verkehrsregeln bei euch! Wow! Die Außerirdischen kommen von einem richtig schnellen Planeten! Skutio, kriegt die Zoom-Camp hoch genug, um die Außerirdischen zu sehen? Ja, Zoom-Camp, los! Zoom-Camp! Oh, ja! Ich habe sie bei Ricky zu Hause vergessen. Mal sehen, ob sie noch an ist. Ist ja komisch. Sie ist nicht bei Ricky! Sie ist... Sie ist... Dort! Deine Zoom-Camp ist von einem anderen Planeten! Das ist ganz gut Bock drauf! Armer kleiner Kerl! Wir müssen ihn von da oben retten! Ich weiß, was jetzt zu tun ist! Maxwell! Bockst du uns deinen Magneten aus? Ich glaube, ich weiß eine Lösung! Bock dir aus, was du willst! Ich weiß, wie wir die Zoom-Camp stoppen! Ich weiß, wie wir die Zoom-Camp stoppen! Da ist Werkstattdach! Wartet da oben auf mich! Ich schalte die Zoom-Camp aus! Geht klar! Rolle hoch! Rolle weiter! Oh, zurückwärts! Rettungshaken! Los! Loop, sind deine Booster-Raketen startklar? Sie sind immer startklar! Loop, komm schon! Loopy-Booster, los! So geht es! DJ, genau hier! Stop! Wieso halten wir bitte? Rote Ampel! Regeln sind Regeln! Oh! Kleiner Bob, nach rechts! Jetzt kommt links! Ja, es klappt! Jetzt nach rechts! Gut, Bob! Da sind sie! Nach rechts, Kleiner Bob! Gleich! Ja, gleich! Jetzt! Hätt' dich! Du bist gerettet, Kleiner Bob! Zoom! Tastisch! Bike-Budys, wir haben's geschafft! Gut gemacht, junge Bikes! Jetzt haltet das UFO fest! Hier hab' ich Strafzettel! Wild! Außerirdisches Wild! Wartet doch kurz! Ihr möchtet das bestimmt sehen! W-w-w-w-w-was? Scutius! Drohne! Ich weiß nicht, ob ich eine Drohne in Strafzettel geben kann! Aber merkt ihr eins! Wärst du ein UFO, würdest du mit nem Haufen Strafzettel auf deinen Planeten zurückfliegen! Und mit einer Stunt-Pauke! Ich wollte mein ganzes Leben lang richtig echte Außerirdische sehen! Ach, ich dachte, heute wäre es endlich soweit! Schade, Maxwell! Vielleicht irgendwann! Nicht schon wieder! Runter! Runter! Da ist eins! Ufo! Warte! 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 Warte!